Musik Hallo liebe Lieben, wieder eine neue Folge auf der Outbreaker Form. So, das letzte Mal haben wir das Problem gehabt mit den Kühlen. Da haben wir nicht das Streueinstreuen oder einlagern können. Sondern das glaube ich geht nur mit einem Einstreuer. Und den werden wir uns jetzt besorgen. Machen wir hier auf. So, dann bestellen wir uns das Ding einmal. Tierhaltung. Fotomischwagen ist das hier. Genau, den bräuchten wir. Den Einstreuer. Oh, das heißt. Dann mieten wir erstmal. Da wir kein Geld haben, mieten wir ihn. So. Dann fangen wir jetzt mal. In diesem Walter hier mal zu waschen. Das sieht ja aus unter aller Sau. Waschi, waschi, waschi. So. Dann geht bloß. So. Dann passt das Ganze. Dann hängen wir den mal ab hier. Dann holen wir uns den Beulengobbel. So. Dann hängen wir den mal ab hier. Dann holen wir uns den Beulengobbel. Dann schauen wir mal. Oh Gott. Das ging daneben. Aber ist ja gut, dass wir ja Outload haben. Dann passt das gut. Dann passt das gut. So. Dann nochmal. Mal weiter runter. Komm, 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 komm. So. Dann müssen wir einfach auf der anderen Seite rein, weil der Auswurf ist nach rechts. So. Ist egal. Wir lassen jetzt hin. Zwei Bäume reichen. So. Dann geht das Ganze los. So. Jetzt ist der eine gleich durch. Jetzt müsste der zweite gleich anschmeißen. Ja. Jawohl. Passt. So müsste es jetzt mal einen rein, wieder raus. So ist. Eine rein, wieder raus fahren. Nein. Dann gleich alles rein, was passt. So. Jetzt schauen wir mal. Wie viel Stroh das wir jetzt da drin haben. Ach Gott. 8000. Da geht noch einiges rein. Sonst schmeißen wir den noch rein. So. Kann man hier rückwärts aufwählen. Ne. Fahr mal lieber rum. Egal. Das sieht nicht geil aus. Mal was anderes als nur mit Bäulen zu arbeiten. Na ja. So. Wir haben jetzt drin. Knapp 12.000. Ach das reicht mal. Mischrationen werden schlecht raus. Bräuchte Mano. Wird sagen. Dann gehen wir den wieder zurück. Weil sonst. Was kostet das eigentlich. Ist egal. Ja. Da steht unser Fahrzeug noch. Dann müssen wir weiter anteln. Schauen wir uns das ganze an. Ja. Weizen gedüngt. 50%. Ja gut. Jetzt schauen wir mal rüber zum Gras. Was da los ist. Oder müssen wir das jetzt nochmal machen. Wegen den Seasons. Ne. Krass. Aber wir können mal dünnen. Haben wir einen Düngerstreuer hier. Mal gucken. Dünger, 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 Streuer. Hier haben wir einen. Dann gucken wir mal. Da ist er ja. Ja, der Dünger ist drin. Und das machen wir natürlich selber. Hier wurde noch nicht richtig gearbeitet. Oder? Ne. Das gehört auch noch dazu. Aber ist egal. So. Dann fangen wir ein bisschen zurück, dass man es sieht. Und dann Tempomat rein und dahin geht's. Wir müssen mal schauen, ob das was bringt. Ob das was bringt. Oh, das ist das verkehrte Feld. Entschuldigung Leute. Es steht aber hier. Gedüngt Null. Das Haus ist schon vollgedüngt. Oder wie? Auf der Map zeigt es an, dass es vollgedüngt ist. Und hier. Auf der Map zeigt es an, dass es vollgedüngt ist. Weil selber ist nichts gedüngt. Vielleicht hängt es mit Ziesel zusammen. Keine Ahnung. Weil vorher habe ich es ja drauf gehabt und jetzt wieder nicht mehr. Da habe ich es irgendwie gespießt. Ich hoffe das ist irgendwie gespießt. da habe ich es auch drauf gemacht. Das ist ja auch mit einer Koffe. In der Koffe. Also wir kaufen uns nicht mehr Graus. Ne kaufen uns keinen Graus mehr. Das müssen wir mit einem reichen Futter. und später nicht unbedingt Mischration herstellen. Da gibt es eh ein Gerät, ich glaube für die Mischrationsherstellung, ich glaube hier oder? Ja hier, das werden wir uns mal zulegen irgendwann. Das ist ja auch ganz schön gefährlich hier. Was ist das? Da schauen wir uns mal nach was das ist. Ach, das ist eine Kalkstation. Oh Leute, wir haben vergessen den hier einzustellen. Naja, ist jetzt nicht so schlimm. Nächste Mal ist er fertig. Der ist jetzt auch schon fertig oder? Oder was ist mit... Oh ja. Den müssen wir mal ein bisschen... Anschließend brauchen wir den nicht. Moment. Da tauschen wir jetzt die zwei Fahrzeuge hier aus als zweite Geräte. Da nehmen wir den Waltra her. Weil der hat die Power nicht für den Berg. Dann fangen wir jetzt gleich hin. So weit drin ist das Luck geschaffen. Okay, dann drehen wir das Ganze mal um. Es ist schon extrem steil hier. Ich glaube dann machen wir das nächste Mal von links nach rechts rüber, quer rüber das Ganze. Der schiebt schon richtig runter. Wahnsinn. Okay. Na. So. Hm, kann ich aufstehen. Na gut, liebe Leute, das war es dann wieder, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!